Hallo! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Thank you very much. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Okay. Thank you. 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 Okay. wenn sie eine Online-Service haben, dann geht es um einen Online-Service, ein Online-Application. So, the first step is www.msp.eu, online. The platform has to free all the required information, guys. Because if you have three hours, like once you are missing, you can ask for example, what is next? What is next? Because if you have information, you can do what is next. So, about the information, you can do what is next. 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 What is next? You can do what is next? You can do what is next. Now you can do what is next. You can do what is next. But, you can simply Corporation 2, you can do what page, as well. You can do what page, you can do what page, the one page, the other page. Das ist auch von Peere und was ist das Information, die Peere und Peere. Meine Unternehmen haben sich auf die Aufenthaltungen durch die Aufenthaltungen, die die Leute, die dort sind. Und dann haben sie noch ein Information auf die Plätze, die die Leute hier außerhalb der Planung. Und dann, danach, die Leute in der Zeit, die Leute, die Leute hier, die Leute, die Leute hier, die Leute hier, die Leute hier, die Leute hier und die Leute hier. Und dann von das ... ... die Applikation number ... ... die Applikation numbers nicht ... ... dass von einer anderen ist, die Applikation nummer werden. ... ... die Applikation nummer ... Das ist wichtig, dass wir die Applikation-Nummer haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. All inmates and they will fall, which is 50%. But we are counting. Thank you. 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 Ich bin ein sehr guter Freund, aber ich bin ein sehr guter Freund. Okay, let's agree, be available in two institutions, EUJs, NEC, WC, PES. And it's a four-year honors degree, four years in January, two honors in the four years. And then basically, the degree, equal amount of students who understand them more about economy as a rule, the economy of South Africa and what's in the company of other countries and how it's in Senza Angela and the company of other countries. And also, you know how to develop economic profile. Economic profile, maybe economic elements of the community, geographic elements, environmental elements, health, community. How many people are working? And also, it will help you to understand the government. I'm sure the requirements for you, I mean, you need the English as level four, you need another language at level three, can be in common sense additional. Und wir brauchen eine Messe-Level-Fort. Es gibt keine Messe-Level-Fort. Und dann, haben wir die Möglichkeiten, die sind wir. First, wir können ein Local-Economy-Development-Vertrecher, wir können ein Economy-Development-Office, ein Projekt-Development-Instrategie-Support-Manager, wir können ein Professional-Economist, ein Rural-Development-Projekt-Koordinator, ein Projekt-Manager, ein Executive Director in Economic Development and Planning. Oder wir können ein Lecturer. Aber nur wenn ihr dann ein Master-Declief, es wird ein E-Koins. Das ist E-Koinsystem, das ist ein Projekt-E-Koins. Aber wenn ihr Probleme verstehen, dann, am Ende der Präsentation, ich kann Ihnen mehr erklären. Ich liebe es der E-Koins-Level-Fort. Und über Wohlab-E-Point, Ihr proprekir in Ihren Wertschöten, Sie müssen die Daten-Koins erstellen, also including die Requirements, die restlichen Daten-Koins-Lo�-Fort. Und wenn ihr Daten-Koins-Level-Fort oder da 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 da. Okay, hello. Hi. 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 Okay, guys. Hi. 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 Okay, it's fine. Okay, guys, there's no need to panic, because if you're a cappella, like I think there are only two things, if I'm not mistaken, that it's the same time immaculate, immaculate, like AUWC. The problem is like immaculate, if, like, the IP admin, so if Fulugans become a county, babakone, 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 like if Fulugans become a county, we are going to apply IP admin and IP admin, but Fulugans just babakone, then from next sector, transfer, because Fulugans become accounting, Fulugans become financial accounting, so whether, as I said, including the LHP corner, so if Fulugans must be able to apply, if Fulugans become a county, and Fulugan accountant, I always say that because Fulugans would like to show that women will be able to make up with them account, but my entire, especially because men's accounting was, was an entire, if Fulugans transfer, okay, MZRE, sorry, okay, MZRE, MZRE, two year accepted students, the reason was specified by accepted students, most of us are, and the, there are a lot of them, two year accepted school and put them back in the fourth and last month, and they, so we have the little student who have accepted, for the application process, so, the institution that they found they was, the training was, the activity before, the, so, the learning is making it, and also, both, aus dem Kauziv. Also, Kaptan und National getting financial aid scheme. Sie sind nicht Ansprache? No, im NSPAS. Ja, wir finden alles in Kauziv. Auch in all der Institutions, was in der Kauziv, was in der Art und Herst, was in der Medisum. So die Bibliothek über die Parlamenten, was die Schule ist . Von der Kauziv noch nicht, oder von der Kauziv jetzt mein Küchen, aber in der Kuribied. Das heißt, dass man ein bisschen was zu lesen anmeren kann. Aber wenn man nicht versteht, dann hier ist es gar nicht wahr, sich das vor, was man nicht zu schuss. So nein! Für mich muss es ihre Wuppe ansehen. Ich habe die Möglichkeit, die Anmerkung zu kommen, sondern einfach in die Handlama für Frauen zu kommen, also als ich, wenn man nicht anmerkliert will, dann in den Sintern ist herauskommen, Aber auch wenn ihr es nicht mehr, es geht nicht. Die Einheit ist nicht mehr in der Fassung. Aber nicht mehr ein Mensch. Aber der andere sagt, dass wir die Kinder sind. Die Kinder sind unangenehm. Und die Kinder bin. Sie haben Angst, dass die Kinder und sie haben, wie sie, die Kinder und sie haben... Sie fahren. Die Kinder sind auch nicht und nur mehr in die Regierung. Der ist eine gute Meinung. Wir haben gleich einmal die entsprechende Formation genutzt. Wir haben uns eine Beziehung, eine Econ- oder Econ- oder Econ- oder Econ-Einstitution. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich, ... Ja! Also die Musik auf einer 65% Kunde. Das ist das Beispiel von der Maschinen Dieben. Es gibt die Maschinen mit dem also, die Maschinen in der Maschinen ist. Aber diese Maschinen, die Maschinen und die Maschinen werden. Das ist die Maschinen. Wir haben die Maschinen nicht ja letzte Maschinen Hills. Aber das ist als S perchert, aber das ist nicht ein Maschinen. Wir haben ein Maschinen, weil wir schon 65 sind. Wir haben diese Maschinen und die Maschinen, Meine Damen und Herren, wenn ich die Aus future, er eben nicht so verstanden ist, denn ich hatte nicht mehr als Doktor. Aber dann habe ich mich in die Schule, weil ich nicht so zirn. Weil wenn ich 65-70-90 Jahre alt bin, ich habe mich nicht so zirn und 65-25 Jahre alt. Ich habe mich nicht zu stark exams. Wenn ich nicht so vieles wäre, dann doch ich mich nicht zuerst hin. So wir haben mich nicht zuerst einzuschätzen, sondern wir sind nicht zurück, sondern wir haben nicht einen Auslössten, sondern wir haben nicht vieles zufrieden, Die Frage ist, dass die Frage von den Föder und 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 den Föder. Die Lehre also baut die Ablauf. Da ist irgendwas ein Kansel. Das muss man mitnehmen, das ist eine chose. Aber wenn es der Kurze ist, wenn es der Kurze ist, die noch Schönheit der Klarierungskraft ist, So, ich denke, wenn ich in Bindibi bin, dass mit einem Bindibi an sich die Frage aber nicht so leicht sein, ob diese Bindibi dann auch nicht so gut zu tun. Daher habe ich mir alles, wie es das Bindibi ist. Ich wusste, dass es mir alles gut für die Straße zu sagen. Ich denke, dass wir das Bindibi machen, weil es etwas wider, das chapeller ist. Ja, okay, dann, in der Online-Execution-Process, also, in BIPA, in BIPA, in BIPA, in BIPA, because of the Applaus-All-The-Facultures, if they were in education, one law would be no year fund, so they were applied to them. So, number one, so, all the time, all these, I'd like to use manuals for the first time, as 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 the first time, we would use the mobile appraisal of the other way. But, still, it would cause basically... You could use the mobile appraisal, you could use the mobile appraisal to rozpocitl okay, then, you'd like to use the mobile appraisal, and, you know, if they were in education, it would use the mobile appraisal So the first thing you do when you apply is you first go to our website at UWC, which is www.uwc.hc.za. And then we go pick it up, we go pick it up, we go pick it up, we go home pages, and then when you get there, it goes to our website, it means like, you like that, you like all the things, you like online services, you like online, you like online services. Then once you get to the online services, you click the online application, you can find letters, book in Japan, yeah. And then once you click on the online application, it forms, it forms a paper, book spaces, and then once you get there, you go to the online application, you know, Wenn Sie durch den Kopf bekommen, dann um es zu über deinen Kopf schnitzeln, um zu überlichen Einfrauen zu zur Zeit und um mich zu überlintern. Sie müssen in den Kopf kommen, um es zu über 2050 zu überlegen, um es zu über den Kopf zu überlegen, um es zu überlegen. Das ist das alles, was ich sage. Das war das Erinnerungen, die in den Kopf unterhalten, sind hier in den Kopf gehalten. So Mike, die für die Räumen der Erinnerungen sind, der sich auf die Hunde verビderte, . . So ich hab die Einfach die Anwesen, ich schaufe den und dann von denen, nach ein paar Minuten oder ein Minuten, die Sie schaufen, die ich nabäyere. Die nabäyere, die ich nabäyere, wenn ich nicht nabäyere, wenn ich nabäyere, dann würde ich nabäyere, die ich nabäyere. Und dann, wenn ich nabäyere, wenn ich nabäyere, die nabäyere, fülle, die nabäyere, Student. Wir machen das die Hand nicht mehr. Die Hand haben wir uns nicht mehr so und die Hand auf die Hand zu finden. Wir machen die Hand auf die Hand. Wir machen die Hand auf die Hand. Wir machen die Hand auf die Hand. . . . und dann an die E-Signal verabschieden, einen A-Nabe zu verabschieden, ich kann es in der Diensten einbringen. Und dann kann man die Tür einbringen, den E-Signal angeben, oder den E-Signal zu verabschieden. Und dann das E-Signal die E-Signal required für E-Signal ... und dann E-Signal wie man e-Signal hat. E-Signal wo man e-Signal oder E-Signal und E-Signal an die Nummer. Okay, guys, if we, back on the bottom of our phone, you can tell me. Yes. 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 Yes, if we, back on the phone, we have a service platform for WhatsApp, and we have a friend of mine. The email address guys just go to Google and text, don't turn on Gmail, can you make an account? That's what you did. That is, you don't want to know about the one minute. We tell them about the two minutes, you can support your order, all you want to know about the one month. But, you don't want to know whether it's available, but not that it's available, so you can access the email address. We have a reminder that, we have one minute, if you email us, you can access our platform, Aber das Problem ist, dass die Pendler die Maske in October steht. Im nächsten Mal geht es um e-mail, oder zu zu erstellen. Wenn Ihr e-mail, dann gehen Sie an die Pendler, dann gehen Sie an die Maske, dann gehen Sie an die Maske, wenn Sie in der Zeit kommen, dann gehen Sie an die Maske, dann gehen Sie an die Maske. Das Arbeitsorten war auch so, was haben wir gemmeldet und zu rennen. Aber es war eine ganz gute Frage, dass die femme sagen, mich das ist. Ich hatte dich noch mal und hab leider. Also war das Papa sagte, dass ich die Kinder und ihr PAPP ist. Und dann kam meine Sir. Ich verstehe es, dass der sie so will, was immer wir machen. Das war so cool, dass ich mich nicht mehr als ARTatiere muss. Und dann ist das einfach ein paar Quellen. Info Und dann vom 0.11.1.0. Wir haben die LATEST-TREAT-TREAT-TREAT-TREAT-TREAT-TREAT-TREAT-TREAT-TREAT-TREAT-TREAT-TREAT. So, wenn wir noch mehr ... 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 Ich bin in den ersten Jahren Jahren wo ich auch nabla. Mein Vater betrifft sind 11 und meine tiblipper sind 13. Und die D Yoga ist sehr wichtig. Weil die Möte sind immer die kleine Generationen. Denn Bruch ist ein Einzigerer. Denn es ist ein Berufsitzender. Daher steht die Menschen in dem Wimmer, die 7. Die Um-Nizin, die Lowen sind 10x. Im Pläsen sind wir ein Um-Nin oder Ein-Hard. Weil es sich von der High School in der Atmosphäre zu in der Basis ist, es ist anders. So die Fischi-Presure ... 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 So, since we apply online, our students get to our YouTube account, our students get to know where they could bring their 3-8-8-9-9. So, haben wir gesagt, bevor wir unsere 3-8-9-9 myeloven können. Wir werden dieского ID-Castiven. Wir werden hier eine User habtaparte und berüten die Facheldentur ab. Wir werden die T grandmother machen, die jemanden an der Exem-Number. Der Neu-Bun ist der Westfäden. der Applikation mit 300,000. Als ich Ende Sempr月, mit 150, bin ich z noticed, dass die Nivea sehr erf是這樣. Wenn die Nivea wurde, dass die Nivea nicht die Leute gesessen, durch eine Karte des Neues auf die Karte des Neues auf die Karte. Also, der Importante ist die Opläne, das ist eineission основ fellas. Auf dem Dienste ist die Nivea Unout von der Karte der Karte ge recruited, der Nivea von der Karte und die Nivea, die auch die Nivea georestiert haben. Die Nivea-Applikationale aufbauen ist zum Beispiel online. Sie haben die Nivea-Trenge-Nazm-Studie. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Okay. Thank you. 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 very much. Thank you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die MPT ist ein Problem, weil wir nicht verstehen, wenn es unbefaltigt ist, dass die man zu den Anteil der Menschen nicht verletzt, dass die Nachschieten der Menschen nicht überlesen, dass sie sich an den anderen Menschen mit ihrem Kindern in den Schöpfungen interessiert. Wenn Sie das nicht wissen, dann sind auch die Menschen und die Menschen nicht evangelistisch zu sein. Ich würde vielleicht eine Art und Weise machen, dann würde ich mich tanemachen und wenn sie die Menschen nicht auf diese Weise bringen, dann würde ich es auch mal auf Kartein, in being lang nach 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 Aber er wird da, wo ihr erst ungefähr noch auf Kieler aufpassen könnt. Es wird da nicht mehr geholfen, nicht mehr Zeit. Und auf das Nutzen, wenn du das so schieße, das soll. Ich denke, dass du direkt der Nachmittag an den Präsentation aufpassen willst. 4-Jose anwesendungen sind bezahlt worden geschehen für die einzelne Fälle und dann die 4-Jose anwesendungen sind und die bereits im Zusammenhang mit einem Die Fälle sind ein eigenes Bildern. Die Fälle sind als Video- und ich komme nach dem Thailand zu Hause anwesendungen, Ich hatte für einen großen Unterschied, aber nicht nur noch den Zugang, der ja ihr euch in der WPG, sondern wir können nicht wissen, wenn es ihnen nicht gesehen ist, wenn wir die Ursache nicht wissen können. Und dann sind die Überschrift, die neu und wie die nächsten Überschrift. Und dann stellen wir die Überschrift auf den Einstern die Überschnitten. Aber nun 1. September 1. September 0. Weitermann im Überschrift und städt. Ich würde das nicht nach dem Überschrift anwenden, Das ist die wichtigste Frage. Das war's für heute. Es gibt auch einen weiteren Verlangener von 2013, April 2014. Es gibt viele Menschen, die Corona-Authaben sind. Die Corona-Authaben sind in der Ausbildung. Wir sind in der Sendung das die Wachstums und die Unterwanderung, die in der Ausbildung in der Ausbildung, die in der Ausbildung, die in der Ausbildung, ... und zwar, dass ich jetzt überhaupt nicht arbeite, wenn ich irgendwas bin. Ich habe immer noch eine neue Elektronomie in einer anderen Seite. Ich habe mich in der Schule, wo ich mich gerade in der Schule gibt, wenn ich meine Eltern habe. Also, da muss ich mich nicht sagen, dass ich mich nicht so war. Ich bin einfach in der Schule. Ich bin einfach in der Schule, aber ich bin einfach in der Schule. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.